So, und da sind wir jetzt auch schon beim zweiten Part des Let's Plays League of Legends von Wukong Toplane. Und in diesem Part können wir uns jetzt mehr aufs Spielgeschehen konzentrieren als auf die Erklärung von Skills und Items. Natürlich auch noch auf die Erklärung von Skills und Items, aber naja, eigentlich keine Skills mehr, sondern nur noch Items. Das reicht und ansonsten können wir uns einfach jetzt die Teamfights anschauen. Ich fokussiere jetzt einfach mal dauerhaft die Kamera auf uns, weil ich glaube jetzt so ab ca. der 30. Minute kommen jetzt quasi eigentlich nur noch Teamfights, abgesehen von ein bisschen Farmen oder sowas. Entschuldigung, ist schon ein bisschen spät, ich bin schon relativ müde. Ähm, es sind jetzt hier momentan erstmal alle am Farmen, aber der nächste Teamfight müsste jetzt eigentlich relativ bald beginnen. Und ab der Minute jetzt hier gab es eigentlich nur noch Teamfights, weil eigentlich jeder Lane schon so gut wie durchgepusht ist auf beiden Seiten und eigentlich mal sonst erst nicht mehr groß was machen kann. Ähm, es sind jetzt aber auch keine Gegner sichtbar. Katharina teleportiert sich jetzt zurück und deswegen farmen wir hier einfach erstmal noch ein bisschen. Die Minions, oder was heißt die Minions, die Monster im Jungle eigentlich. Und währenddessen können wir hier dann noch ein bisschen schon mal das Itembild besprechen. Und zwar haben wir ja jetzt hier jetzt, ähm, die Schuhe fertig, das Black Cleaver fertig. Und man sieht jetzt hier schon, das wird hier ein Trinity Force. Ähm, also dann noch hier, ähm, noch ein Seal und dann zu Trinity Force ausbauen. Trinity Force ist einfach ein echt gutes Item für Wukong, weil es einfach alles bringt, was man braucht. Hier Fage bringt halt Leben und Attack Damage und, und noch Slows, natürlich echt krass. Äh, ist echt einfach gut. Das ist auch, glaube ich, das erste Item, was ich mir kaufe nach den Schuhen. Äh, dann das Sheen. Ähm, die Glanz auf Deutsch, glaube ich. Und bringt halt Mana und Ability Power. Die Ability Power brauchen wir jetzt nicht, aber die Mana ist sehr gut. Und dann natürlich noch hier der Bonus, äh, nachdem man eine, ähm, Fähigkeit benutzt hat, bekommt man, äh, Bonus auf den nächsten, äh, an, normalen Angriff. Hier war jetzt gerade ein Team, von dem wir anscheinend nicht so überwunden haben. Unser Team besteht quasi momentan nur noch aus mir und Cut-6. Draven ist back. Ne, Draven ist afk. Der steht hier nur. Naja, der kommt aber gleich wieder. Äh, so, wir müssen jetzt hier den Tower verteidigen. Zwei gegen fünf ist natürlich immer schlecht, aber ich glaube, Draven müsste gleich wieder kommen und uns helfen. Glaub ich jedenfalls. Wir sehen jetzt hier auch die Stat, 319, äh, 183. Ist eigentlich ziemlich gut, finde ich, für 32 Minuten. Man hätte natürlich mehr Kills haben können, aber die meisten Kills hat irgendwie in dem Spiel immer Katharina bekommen. Die ist irgendwie geschafft, fast jeden Kill zu bekommen. Aber naja, wir können jetzt hier auch kurz gucken. Die hat jetzt hier schon 16 von 32 aus unserem Team, also quasi fast die Hälfte. Äh, naja, eigentlich genau die Hälfte. Äh, und, naja, also. Sieht man schon, waren mit Sicherheit auch ein paar KS dabei, aber, naja, nicht so schlimm. So, ich gehe jetzt hier rein, mit meinem E reingedashed, dann sehr schön die Ulti gezündet. Der Katzix springt auch hinterher. Äh, dann noch hinter dem, hinter dem Mordekaiser noch her. Und den Mordekaiser haben wir auch noch geholt, haben wir den Double Kill gemacht. Und jetzt, ne, stimmt gar nicht, gar kein Double Kill, nur ein Kill. Den anderen Kill hat der Katzix bekommen. Aber egal, unser Team hat auf jeden Fall mal zwei Kills gekriegt. Und jetzt steht es hier auch schon 34, 20. Eigentlich merkwürdig, dass wir das Spiel noch nicht beendet haben. Aber die Gegner halten schon noch gut dagegen, dafür, dass sie vom Gold her so weit hinten liegen. Wir machen jetzt nochmal hier die, ähm, die Wölfe. Während unser Team da vorne pusht, hier in der Mitte. Aber gegen Dr. Bonde zu pushen, ist halt schon ziemlich schwierig. Äh, und Draven sagt jetzt hier auch Back. Und dann ziehen sich die anderen beiden noch zurück. Warum auch immer, Draven da jetzt selber dann noch stehen bleibt, nachdem er Back war. Aber naja, vielleicht hat er mit Back auch nur gemeint, er ist nicht mehr AFK. So, wir haben uns jetzt hier, äh, erst dann den Frosthammer gekauft, weil wir keinen anderen Tank hatten. Deswegen habe ich dann gleich, äh, ein bisschen Tank ja gespielt. Normalerweise würde ich mir jetzt erst da, als erstes das Trinity Force kaufen und dann erst den Frozen Mallet. Ähm, einfach weil man mit dem Trinity Force halt deutlich mehr Damage macht. Aber da wir jetzt keinen anderen Tank hatten, musste ich halt auf Tank spielen. Und, ja, dann habe ich das natürlich auch gemacht, weil ohne Tank ist natürlich ein bisschen schlecht. Hier sieht man jetzt gerade, das ist, äh, den Trick finde ich immer ganz cool, beim Baron oder beim Drache. Kann man einfach sich reinstellen und wenn man dann Cooldown hat, macht man einfach seine W. Und der Drache oder der Baron greift halt einfach die W an, anstatt einen selber. Das ist natürlich ziemlich nützlich. Immer, äh, wenn man vor allem wenig Leben hat und dann, ähm, noch den Baron oder den Ding tanken muss. So, hier unten geht jetzt wieder ein Teamfight los. Der Draven ist hier jetzt quasi schon tot, quasi schon eingekesselt. Er versucht sich jetzt hier anscheinend hier noch selber umzubringen. Das scheint aber nicht zu funktionieren, weil er hat ja schon einiges nach Damage bekommen. Ah, ne, er versucht außen rum zu laufen. Ha. Da kommt der Morde-Kaiser. Ja, Morde-Kaiser hat sich jetzt hinher geflasht und dann kaputt gemacht. Wir sind jetzt hier wieder am Bot-Tower. Und, ähm, wollen pushen? Wollen wir pushen? Ja, anscheinend nicht. Der Cut-6 geht auch schon wieder weg. Und wir machen jetzt hier erstmal die Golems. Aber unser Team wird jetzt hier gleich mal verfolgt. Deswegen gehe ich hier gleich mal nicht rein. Nur zur Abschreckung, um zu zeigen, ja, hier bin ich. Ihr dürft nicht angreifen. Und wir hätten auch die Ulti gehabt im Notfall noch, um die zu retten. Aber naja. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch zum Kampf kommt. Sieht aber so aus, als würden wir uns jetzt einfach mal zurückziehen. Äh, Cut-6 macht jetzt hier den Blue. Ich überlege. Und der hat, glaube ich, überlegt, ob ich ihn mir snacken soll. Äh, aber ich hab's dann nicht gemacht. Weil ich find einfach, Blue bringt halt einfach auf Wukong meiner Meinung nach echt ziemlich viel. Erstmal kann man dann die ganze Zeit spammen. Man kann die ganze Zeit die Q machen, anstatt Outdoors. Wodurch man einfach so viel Damage drückt. Man kann dann die E immer, äh, machen. Um, da hat man einen Haufen, eine Tech-Speed. Aber fast zwei Tech-Speed. Äh, und dann kann man, äh, hat man natürlich noch ein abhaltig wenig Cooler. Nur noch auf der Ulti, wo was im Teamfight einfach echt unbezahlbar ist. Weil die Ulti entscheidet quasi den Teamfight teilweise. Also, wenn du die Ulti hier von Wukong gut setzt, kann das Spiel entscheidend sein. Vor allem, wenn du sie mehrmals gut setzt. Ich mach jetzt hier den Red. Ich hab jetzt da überlegt, ob ich da jetzt noch hinterher renne. Aber ich hab mich dann so entschieden, dann den Red zu machen, damit die den nicht bekommen. Und es müssen eigentlich jetzt auch noch alle von uns wegkommen. Hier, der Katzix macht sich erstmal nochmal unsichtbar. Ja. Es sind alle entkommen. Warum auch immer der Traven da jetzt wieder rein rennt. So, so Aktion haben wir ja von ihm. Oder hab ich von ihm, ich weiß nicht, ob ich sie euch gezeigt hab. Auf jeden Fall hab ich sie von ihm ziemlich oft gesehen hier. So, wir gehen jetzt hier hinter dem Doktor Mundo, ja. Einen haben wir ja auch schon gekillt von denen. Dann jetzt als nächstes versucht dann der Traven hier noch den Mordecaiser zu töten. Schafft's dann natürlich nicht mehr. Wir konnten ihm ja auch nicht helfen hier. Ohne Leben, ohne Mana geht halt nichts. Katzix guckt jetzt hier, überprüft erstmal noch, ob da jemand im Jungle steht. Und hier täpelt sich Mordecaiser auch mit Lowlife zurück. Aber da ist nicht so schlau rein zu jumpen. Vor allem nicht, wenn da noch vier Gegner rumstehen. So, jetzt dürfte das... Ja, nee, reicht nicht, das Geld. Müsste jetzt aber wahrscheinlich wenigstens... Ja, genau, nochmal ein Phage. Kommen. Und jetzt haben wir natürlich den Ultra-Slow hier. Wenn wir erstmal einen Frozen Millet. Und dann nochmal... Ah, nee, stimmt gar nicht. Das ist gar nicht doppelt. Das stackt nicht. Das ist ja unique. Ja gut, aber trotzdem, auch der Einzelne ist natürlich schon ziemlich krass. Also hier... 40% Slow für Auto-Hits. Und 30% Slow für Fernkampf-Auto-Hits. Also das ist schon ganz schön krass. Und dann halt noch... Ähm... Slow... Ähm... Movement Speed Slow für 1,5 Sekunden bei jedem Schlag. Das ist halt schon echt nützlich. Vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel gegen Adi Carry kämpft. Dann... Ähm... Ist das... Ja, quasi der Tod für den. Weil der halt einfach keinen Deck-Speed mehr hat. Da nur kein Damage mehr drückt. Vor allem nicht, wenn man dann noch ein bisschen tanky ist. So wie ich jetzt hier. Und 3000 Leben hat. Da hat der natürlich einfach gar keine Chance. Der Adi Carry. Man braucht ja auch schon nur... Nur die E und die Q ziehen. Im Adi Carry mal ist das schon so ein Drittel der Leben oder so. Und dann noch ein paar Auto-Hits. Dann ist er auch schon weg. So, hier unten scheint jetzt wieder gleich ein Kampf loszugehen, oder? Ja, sieht ein bisschen so aus. Sieht so aus, als wollten sie jetzt hier die Katharina umbringen. Ah... Hat nicht gereicht. Ja, wir sind jetzt hier auch schon gleich auf dem Weg in den Teamfight. So, die verfolgen jetzt hier noch die Nami. Die Nami kommt hier, die Ulti kommt. Schlägt erstmal alle hoch. Lulu als Supporter rettiert. Da ist sie erstmal nach vorne. Ohne die Katharina. Ja, stirbt sie noch? Ja, tatsächlich durch Sieg Knight noch gestorben. Der Draven verfolgt jetzt, warum auch immer, den Morde-Kaiser nicht, weil er hier noch seinen Teiler sammeln will. Und wir haben jetzt hier noch die alle geholt. Und sogar mit der Lulu-Ulti noch überlebt. Also gerade wieder zwei Kills gemacht. Sehr gut, wir haben jetzt hier mittlerweile 6-1. Wieder 1500 Gold fast. Damit können wir uns jetzt... Ja, können wir uns jetzt das 24-S fertig kaufen, wenn wir das nächste Mal weggehen. Was ja wahrscheinlich jetzt gleich ist. Aber da kommt auch schon der Morde-Kaiser mit seinen Homeguard-Boots. Deswegen hier erstmal nochmal ein bisschen zurückziehen. Keine Lust hier gleich recken zu gehen nochmal, Morde-Kaiser. Weil er würde wahrscheinlich einen Attacke ausrechnen, wir wären tot. Oder zwei. Auf jeden Fall nicht viel. Brauche ich das, um uns umzubringen. Wir haben jetzt hier, ja, Trinity Force gekauft. Das heißt, wir haben jetzt 3, 4 Items von 6 fertig. Die anderen beiden kann man sich jetzt halt entscheiden, worauf man jetzt spielen will. Ob man jetzt mehr auf Damage spielt. Oder mehr auf Tank. Wenn man jetzt Tank spielt, kauft man sich noch Guardian Angel. Also Guardian Angel kann man sich generell eigentlich immer kaufen. Ist einfach echt gut. Vor allem die Wiederbelebung natürlich ist halt echt nice. Und halt auch noch ein bisschen Rüstung und Magie-Resistenz. Dann kann man sich zum Beispiel noch ein Atmas kaufen. Wegen der Rüstung, wenn man ein gegnerisches Team hat, wo viel AD hat. Bringt das natürlich einiges. Und natürlich hier noch Crit. Was auch noch gehen würde, wäre hier die Hydra. Die wird ja hier auch schon angezeigt. Die bringt halt mehr Damage. Also hier einen Haufen Attack-Damage hier. 50. Dann Lebensregeneration. Dann macht sie Flächenschaden dadurch. Noch Lifesteal. Und es ist halt einfach echt ein krasses Item. Weil es ist halt auch echt teuer. Aber es ist fast so teuer wie das Ding hier. Wird ja damals gerade nicht ein Trinity Force. Aber halt auch echt nice. Weil du halt einfach dann mit jedem Schlag Flächenschaden machst. Im Teamfight. Kannst dich da einfach in alle reinstellen. Und triffst dann einfach mit deinem Auto jetzt einfach jeden Gegner. Das ist halt ziemlich nice. Das ist ungefähr so wie da diesen Bogen da für die Fernkämpfer. Das ist die Hydra für die Nahkämpfer. Wir haben jetzt hier gerade wieder einen Kill geholt. Oder bis jetzt noch die Lulu. Weil sie sich auszusehen gesnackt hat. Oder mehr oder weniger auszusehen. Ich weiß das nicht genau. Katharina regt sich auch schon wieder auf. Lulu. Hör auf zu stealen. Obwohl sie ja jetzt nicht gerade so wenig Kills hat. Also sie hat ja selber schon einen Haufen Kills gestealt. Aber naja. Macht ja nichts. So. Der Morde-Kaiser. Der Morde-Kaiser meine ich natürlich nicht. Ich meine jetzt den Doktor Mundo. Meint jetzt hier wieder rauf zu gehen. Die Katharina ist jetzt hier wieder gestorben. Durch die Katharina. Und der Morde... Ach, das ist schon wieder. Sag ich Morde-Kaiser. Was geht denn? Ich meine den Doktor Mundo. Stirbt jetzt hier auch noch durch die Katharina. Hat sie wieder einen Double-Kill. Hat sie jetzt auch schon 19 Kills mittlerweile. Die Lulu hier. Ganz schönes Low-Life. Muss man sehr... Hoffentlich kommt jetzt nicht gleich wieder der... Ach, wie heißt der denn jetzt? Jetzt weiß ich natürlich den Namen nicht mehr hier. Morde-Kaiser. Genau. Gerade hier habe ich es die ganze Zeit falsch gesagt. Und jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Genau. Da ist er nämlich gekommen. Hat er erstmal mit seinem E erstmal quasi Double-Kill gemacht. Dann noch die Ulti. Noch einen Kill. Und ich glaube uns kriegt er auch noch. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Oder mal mindestens einen von uns. Oder? Ne. Sieht sogar so aus, als würden wir beide weggehen. Oder nicht. Weil die irgendwie so doof ist. Und da jetzt einfach rein rennt. Warum auch immer. Das war irgendwie... Bisschen dumm. Und der Cut-Zix meint dann noch hinterher springen zu müssen. Also... Bisschen komisch. Ich habe jetzt hier auch What the Fuckin' Chat geschrieben. Weil... Die jumpen einfach beide mit Low-Life da in drei Gegner rein. Vor allem wenn Morde-Kaiser dann noch den Geist hat. Von... Ich glaube Draven war es. Draven oder... Ja, Draven müsste es gewesen sein. Und dann einfach da rein zu jumpen. Mit vielleicht 300 Leben. Und die Ulti anzumachen. Das ist einfach echt... Nicht gerade intelligent. Aber die... Katharina hat sich jetzt hier auch entschuldigt. Entschuldigt hier. Okay. Sorry. Hehehe. Boah. Ist jetzt einfach ein bisschen greedy. Weil es einfach so viele Kills hat. Und meint halt einfach sie kann alles zerficken. Wir gucken jetzt erstmal hier. Ob der Baron da... Äh... Noch da ist. Und dass die den nicht machen. Weil... Es wäre natürlich ein bisschen unbekannt. Und die jetzt den Baron machen. Da hätten wir nämlich ein echtes Problem glaube ich. Weil auch wenn wir hier... Mittlerweile... 16 Kills vorne liegen. Haben die trotzdem noch einiges... An... Äh... Damage im Teamfight. Wir kriegen jetzt erstmal einen Haufen Ultis hier ab. Erstmal der Dr. Mundo seine Ulti. Dann die Nami-Ulti. Dann noch einen Haufen von den... Raketen. Und überleben hier sogar noch. Ganz schön lucky. Äh... Mit... Äh... 39 Leben. Dadurch... Äh... Die Nami redet natürlich hier jetzt hinterher. Und jetzt kommt hier der Supporter Fight. Allerdings nicht alleine. Weil nämlich die Lulu hat dann auch noch den... Ach... Wie heißt er denn jetzt? Ja... Den Korki als Gegner. Und die Nami hat jetzt erstmal das Jurelias gezündet. Die denken jetzt... Die kommen ja jetzt noch weg. Haben sie auch geschafft. Die Lulu ist tot. Die Katharina ist tot. Es liegt nur noch der Kart 6. Äh... Und das... Kann er natürlich auch nicht mehr schaffen. Und er rennt dann hier auch weg. Unsichtbar. Wir müssen jetzt erstmal den Pot-Tower verteidigen. Gegen die Katharina. Die hat ihn hier gerade gepusht. Das heißt es... Wir liegen jetzt immer noch... Drei Türme vorne. Äh... Nicht mehr vier. Aber immerhin noch drei. Also ihr seht schon... Die holen hier schon wieder jetzt ein bisschen auf. Wir hatten gerade immer noch 14 Kills... Äh... 16 Kills vorne. Mittlerweile sind es nur noch 13. Also... Der Vorsprung schrumpft. Und natürlich auch einen Tower-Vorsprung weniger. Ähm... Kann auch sein, dass ich schon ein paar Drachen gemacht habe. Aber wir sind halt auch farmmäßig... Deutlich besser abgesehen jetzt vom Mordekaiser hier. Der Mordekaiser hat jetzt hier übertrieben krass eine Farm hier mit 323. Nach 45 Minuten ist schon ganz schön krass. Äh... Bei uns hier... Also ich habe natürlich gegen den Mordekaiser seinen Farm keine Chance. Aber... Man sieht hier schon... 250 ist jetzt auch schon nicht wenig. Also ich habe immerhin noch mehr als alle Gegner. Abgesehen vom Mordekaiser. Dann hier... Cut6 als Jungler hat hier auch mehr als alle Gegner. Der Traven als Ali-Carry ist jetzt natürlich ein bisschen schlecht, dass der so wenig farm hat. Eigentlich müsste der am meisten von uns haben. Äh... Dann sind wir insgesamt farmmäßig ganz... Äh... Trotzdem noch im Vorteil. Wir sammeln uns hier jetzt auch beim Baron, weil wir vermuten, dass wir den... Dass die den hier machen. Äh... Die Lulu stellt da glaube ich jetzt auch erstmal ein Wort hin. Ja. Und da seht... Seht ihr das? Der Baron ist weg. Äh... Die haben ihn schon gemacht. Ähm... Äh... Habe ich hier jetzt geschrieben den Death. Also erstmal verteidigen, bis der Baron-Waffe wieder weg ist. Weil... Durch den sind die dann halt schon ganz schön stärker. Aber hier die Katharina rett natürlich jetzt erstmal hier... Ganz in die Reihen entkommt dann auch, weil die äh... Zu langsam waren hier, um die umzubringen. Aber jetzt erstmal hier alle am Tower versammeln. Jetzt bräuchte man natürlich hier einen Heimerdinger, der hier den Tower reparieren kann. Das wäre jetzt natürlich echt nicht schlecht. Aber naja. Das finde ich sowieso ein Heimerdinger. Aber ziemlich cool. Aber das ist jetzt... Eine andere Geschichte. Also wir sehen es hier jetzt auch schon. Mit Baron-Buff hier der Mordekaiser. Obwohl er am Anfang so schwach war im Early Game. Hier schon 300... Äh... 683 AP. Also... Und dann noch 155... Äh... AD. Also das ist schon ganz schön krank, was er mittlerweile schon an Items hat. Und dann ist er immer noch ein bisschen tanky sogar. Hier mit 108 Rüstung und... 83 Magic Resist. Allerdings sind die jetzt auch wieder weg. Weil die waren nämlich, glaube ich, von Baron-Buff. Nee. Wahrscheinlich hat die Name hier das Runic-Bull-Ward. Oder sowas, was dem dann Rüstung gibt. Kann natürlich sein. Ja, was hat er denn für Items? Sie hat... Ja, das hier ist das, glaube ich. Ja, genau. Und, äh... Ich bin jetzt erstmal mit der Ulti rein gerade. Das habe ich jetzt gerade, glaube ich, nicht gesehen. Äh... Kämpfe jetzt hier auch noch. Und flashe mich dann aber wieder raus. Weil ich das einfach nicht schaffen kann. Ähm... Der Traven macht jetzt hier noch seine Ulti. Der Doktor... Äh... Der Doktor Mundo... Alter. Der Mordekaiser lebt jetzt hier wieder. Mit 50 Leben. Ich hasse das, wenn die Gegner so knapp überleben. Und der Traven bleibt jetzt hier alleine zum Verteidigen. Der Katzix hat das natürlich ein bisschen verkackt. Der ist jetzt hier alleine irgendwo im Jungle rumgelaufen. Und dann gegen den Korki verreckt. Und die Nami und die Katharina haben jetzt hier auch den Tower-Hacker-Push zusammen mit Dr. Mundo. Der Dr. Mundo auch ganz schön krass hier mit 4.100 Leben. Also, das muss man erstmal schaffen hier auf 4.000 Leben zu kommen. Der Traven liegt jetzt hier auch in der Guardian Angel noch hier halbtot hier rum. Und kämpft auch noch so gut wie möglich. Hier haben wir jetzt die Nami abgestaubt quasi. Äh... Ich fokussiere jetzt hier erstmal den Korki. Aber ich schaffe es halt einfach nicht. Das sind einfach zu viele Gegner und zu viel Damage. Mordecai... äh... Alter, also irgendwas stimmt gerade nicht. Dr. Mundo versucht jetzt natürlich auch noch uns mit seinem Beil wegzuholen. Schafft er natürlich nicht. Wir können ja einfach unsere Dicoy benutzen und dann quasi ein Schussschild vor uns aufstellen. Wodurch wir dann nicht getroffen werden. Und mittlerweile sind wir von Tower nur noch einen einzigen Tower vorne. Gerade eben waren es ja noch 3. Aber das sieht jetzt mittlerweile ganz schön knapp aus. Aber ich mache jetzt hier erstmal die Ulti. Die werden beide hochgeschmissen. Dann habe ich noch die Lulu-Ulti. Da haben wir einen Double-Kill gemacht. Korki versucht jetzt hier wegzukommen. Aber wir haben einfach zu viel CC. Und dann noch der E zum Hinterherdashen. Da kommt er selbst mit seinem Wegfliegen nicht weg. Und jetzt erstmal hier pushen. Der Katsik sagt jetzt hier auch schon. Hier, wir sollen... Er geht hier Bord. Und wir gehen jetzt hier in der Mitte. Die Lulu hat hier auch gerade hier Schorilias gemacht. Dann sind wir ein bisschen schneller wenigstens. Ich renne jetzt hier einfach an allen Minions vorbei. Hauptsache den Himmitor wegpushen. Damit der wenigstens mal weg ist. Aber momentan leben nur 2 von denen. Mordekaiser und Nami. Und die müsste ich eigentlich alleine gegen die schaffen. Hier den Dinger wegzupushen. Obwohl ich mich hier jetzt auch erstmal unsichtbar mache. Gegen den Mordekaiser. Da kommt jetzt hier auch schon die Draven-Ulti wieder. Immerhin gut, dass der Mordekaiser jetzt sein Schild verloren hat hier. Wir versuchen jetzt hier erstmal den Super-Menien wegzupushen. Aber mittlerweile leben hier auch... Ne, noch gar nicht. Aber gleich leben wieder 4 von denen. Und wir verfolgen uns jetzt hier auch. Natürlich hier jetzt ein bisschen Damage bekommen. Und jetzt kommt hier auch schon die Katharina hier mit ihren... Mittlerweile immer noch 19 Kills. Hat keiner mehr dazubekommen. Und die Nami entkommt dann aber noch hier mit Flash und Shurelias. Aber jetzt steht es uns hier quasi frei den Tower wegzupushen. Weil jetzt auch Draven da ist. Der Ali-Carry macht natürlich hier jetzt erstmal einiges an Schaden den Gebäuden. Und der Katzix ist jetzt auch schon da. Pusht hier die Bot-Lane oder versucht jedenfalls. Aber hat jetzt hier auch ein Problem hier gegen... Ja, gegen Katharina. Dann auch noch gestorben. Wir gehen jetzt hier erstmal von hinten auf Corki. Machen die Ulti rein. Corki stirbt dann durch Draven. Dann erstmal unsichtbar machen. Wir gehen dann hier links lang. Draven geht rechts lang. Wir haben natürlich genug Leben, um hier locker einmal kurz durch den Tower zu rennen. Draven entkommt hier glaube ich nicht mehr. Weil einfach der Slow von dem Doktor Mundo ihn aufhört. Und weil er auch nicht wirklich wegrennt. Weil er die ganze Zeit hier so zickzacklinig rennt. So komische. Was natürlich ihn noch mehr verlangsamt. Und er hat halt Angst gehabt, dass er das Beil da noch abkriegt. Wodurch er da noch mehr geslowt wird. Und da will jetzt auch einer aus unserem Team aufgeben. Hier der... Der Katsix. Warum auch immer. Ich glaube es haben alle dagegen gestimmt. Außer ihm. Ja, hier 1 zu 4. Haben sich wahrscheinlich alle gewundert, warum der das jetzt aufgeben will. Hat jetzt gedacht hier, wir können hier nicht mehr deffen. Aber ich und die Katharina sind halt schon die beiden stärksten glaube ich in unserem Team. Hier ich mit 11,1 und sie mit 20,9. Also schon... Schon krass hier. Wir zerlegen die jetzt hier auch zu zweit. Vier Gegner. Also von daher... Ich gehe jetzt hier erstmal auf die Toplane. Weil die Minen jetzt hier gerade den Tower wegpushen. Ist natürlich schlecht. Weil wir haben sowieso nur noch zwei Tower. Und da sollte nicht unbedingt jetzt noch der letzte drauf gehen. Und außerdem haben wir jetzt auch schon hier ein Nexus Tower verloren gerade. An die Minions. Gegner noch zwei. Also quasi steht das Tower technisch wieder. Der Gleichstand erstmal. Ist natürlich ein bisschen schlecht für uns. Aber ja. Wir liegen immer noch 13 Kills in Führung. Aber trotzdem anscheinend geldtechnisch scheinen sie gleich auf mit uns zu liegen. Oder halt einfach haben sie einen besseren Fokus. Oder bessere Teamkampfaufstellung. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall scheinen sie uns im Teamfight trotzdem noch einiges mitzugeben. Vor allem hier der Mordekaiser hat jetzt hier mittlerweile zwei Rabadons. Warum auch immer. Lohnt sich eigentlich nicht wirklich. Weil halt die Passive nicht gestackt wird. Hier mit dem Increased Ability Power bei 25%. Stackt halt nur einmal. Das ist halt dann ein bisschen unnötig zwei Rabadons zu kaufen. Da kann man sich dann lieber noch andere AP Items holen. Wo dann irgendwie noch Magie Durchdringung oder sowas bringen. Hat er zwar auch hier. Und jetzt ja auch noch Slow. Anscheinend hat er einfach zu viel Geld. Da hat er gedacht. Ja hau ich mir mal zwei Rabadons rein. Weil mit seinen jetzt gleich 400 Farms. Also da ist man wahrscheinlich dann nicht so knauserig. Dass man dann da denkt. Ja die Passive stackt nicht. Da kaufe ich mir das jetzt mal nicht. Aber wir haben jetzt hier auch schon gleich 300. Also wenn wir jetzt den Barrel kriegen würden. Als 300 wäre das jetzt natürlich ziemlich cool. Aber ich glaube es ist nicht so. Und ich und der Trave machen jetzt erstmal den Baron. Während die anderen hier ein bisschen noch ein bisschen covern. Und jetzt gehen aber erstmal alle auf den Baron. Der wird hier auch ganz schön schnell von uns kaputt gemacht. Und mit dem Baron sollten wir jetzt hier eigentlich in der Lage sein. Das Game zu beenden. Der Trave will jetzt erst nochmal backgain. Warum auch immer. Aber macht es dann doch nicht. Jetzt teleportieren wir uns zurück. Ne. Ja. Ja. Ne anscheinend nicht. Wir gehen jetzt als erster hier nochmal in den Teamfight. Erstmal kriegen hier alle von uns schön die Nami Ulti in die Fresse. Warum auch immer. Und dann noch ein Coup von der Nami. Und die Katharina kriegt es jetzt auch hier irgendwie nicht. Ich weiß jetzt nicht wo die Nami jetzt ist. Scheint hier noch weg zu kommen. Sogar. Ich mache jetzt hier gerade erstmal noch den Drachen. Ah ne. Da oben ist er. Und läuft hier durch den Jungle. Versucht jetzt auch glaube ich hier erstmal sich selber umzubringen. So wie es aussieht. Oder? Ne. Wo ist der denn? Jetzt ist er wieder runtergelaufen. Oder was? Ah da ist er ja erstmal hier uns dick am verarschen momentan. Wo ist der denn jetzt denn? Da ist sie. Da ist sie. Katharina hat hier schön gecampt. Auf sie gewartet. Und dann einfach weggestackt. So. Das wollte ich hier eigentlich jetzt gerade nicht. Keine Absicht. Ich wusste gar nicht dass das so überhaupt geht. Hm. Cool. So. Äh. Dann geht es hier erstmal weiter. Jetzt ist irgendwie die Kamera an sich ein bisschen verstellt. Irgendwie komisch. Das muss ich dann nach der Aufnahme gleich mal beheben. Spiel ist jetzt auch fast vorbei. Es geht glaube ich noch so circa vier Minuten. Äh. Und wir machen uns jetzt hier erstmal alle mit dem Baron Buff auf den Weg hier zur gegnerischen Base. Wir haben jetzt hier auch mittlerweile alle Tränke. Also den roten Tränk, den blauen Tränk und den Orakels. Den grünen Tränk gibt es ja nicht mehr. Der wurde ja jetzt in Season 3 hier rausgenommen. Und dann noch den Baron Buff und noch hier den Guardian Angel Buff. Also wir sind zugeballert hier mit Buffs. Äh. Und die Katharina wäre jetzt hier beinahe noch drauf gegangen. Aber da haben wir noch sie gerade so retten können. Und dann sogar noch den ihre Katharina weggeholt. Katzix springt hier auch erstmal über die Mauer. Äh. Wir pushen jetzt hier die Lane. Erstmal noch hier den letzten Tower wegpushen. Ja. Und dann geht es gleich an die Nexus Tower. Bei denen leben momentan vier. Aber die haben alle genug Probleme hier gegen unsere Super Minions zu deffen. Deswegen können wir hier ganz ruhig den Inhibitor noch wegpushen. Und die hindern uns auch irgendwie nicht daran. So. Jetzt greifen sie an. Jetzt kommt hier erstmal die Lulu Ultu. Luli. Äh. Nami Ulti meine ich natürlich. Ähm. Die uns hier erstmal nicht getroffen hat. Weil wir geschickt ausgewichtigt sind. Allerdings ist unsere Lulu dann trotz ihrer Ulti noch gestorben. Der Katzix macht sich erst mit seiner Ulti unsichtbar. Und ich renne hier auch weg. Ähm. Da wird jetzt nicht noch mehr von uns sterben. Wenn der Supporter stirbt geht es noch. Aber wenn jetzt hier noch einer von uns gestorben wäre. Dann wäre es das wahrscheinlich gewesen mit dem Spiel. Der. Ja. Der Draven müsste jetzt hier glaube ich auch noch die Nami kriegen. Ja. Ne. Da kommt jetzt also noch der Stun. Und. Wurden ihm jetzt auch von mir. Und von Katzix gepinkt. Er soll sich hier zurückziehen. Aber. Nein. Macht er natürlich nicht. Weil jetzt auch noch die Katharina kommt. Aber ich glaube sie können sogar noch einen Kill holen. Oder wenigstens mal den Blue noch snacken. Wir sind hier jetzt mittlerweile auch wieder da. Warum auch immer. Ich habe jetzt da geguckt habe ob der Baron da ist. Wir haben ihn ja selber gemacht. Also von daher weiß ich nicht was das jetzt gesollt hat. Ähm. Ich habe jetzt glaube ich erstmal noch vor hier den Anime Jungle zu gehen. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall erstmal noch die letzten Items. Ich habe mir jetzt hier weil ich hier ein bisschen mehr auf Tank spielen musste für unser Team. Noch das Guardian Angel hier gekauft. Und dann noch äh. Maw of Malmortius bringt halt einfach ähm 55 Attack Damage. Dann noch ein bisschen Magic Resist. Und äh. Gibt uns ein Attack Damage für 2,5% von unseren fehlenden Leben. Also wenn wir jetzt ziemlich low life sind. Machen wir halt dann einiges an Damage mehr. Äh. Als wenn wir jetzt volle Leben haben. Und außerdem kriegen wir noch ein Schild. Das magischen Schaden reduziert. Äh. Was einfach echt nice ist gegen den Mordekaiser. Weil wenn der uns dann vielleicht dann noch mit einer Attacke normalerweise töten würde. Hebt das Schild die dann auf. Und wir können den dann wahrscheinlich dann noch kaputt machen. Das einzige Nachteil jetzt an dem Welt wo ich jetzt da gespielt habe in diesem Spiel. Ist halt einfach man hat keinen Lifestyle. Um jetzt äh irgendwie wieder die Leben zu regenerieren. Äh. Man kann sich für Lifestyle zum Beispiel entweder wie schon gesagt hier die Hydras kaufen. Oder zum Beispiel ein Blutdürster. Ähm. Man könnte sich auch noch kaufen. Wenn man nicht auf Tank spielen muss. Gar nicht. Dann kann man sich auch hier ähm. Die äh äh das Schwert des äh Plate of the Ruined King. Ich weiß nicht wie das auf Deutsch heißt. Äh kaufen. Was halt einfach gegnerische Tanks einfach so runterhaut. Weil es einfach pro Schlag äh 4% der gegnerischen Leben zieht. Äh. Jetzt will ich aber hier nochmal das Ende des Spiels sehen. Wir haben jetzt hier die beiden Nexus Tower weggepusht. Hier kommt jetzt die Ulti der gegnerischen Katharina. Die dodgen wir jetzt aber allerdings mit unserer Ulti. Wodurch die Katharina Ulti unterbrochen wird. Äh. Ich werde jetzt nicht unbedingt immer drauf achten. Dass die Spiele immer gewonnen sind. Nur halt dass die Spiele einigermaßen gut sind. Um jetzt die Biles und Techniken zu zeigen. Weil einfach. Ja. Sonst macht das ja jetzt nicht so Sinn. Wenn ich irgendwann. Einfach vielleicht noch äh normale Spiele hochlehrt. Wo man dann vielleicht auch noch die anderen Spieler hört. Mit denen ich spiele. In dem Fall war das jetzt mit keiner Pre-Mate zusammen. Aber normalerweise spiele ich meistens so 3. 3 Pre-Mates oder 4. Einfach weil es. Ja. Einfach viel bessere Team-Absprache ist. Aber in diesem Spiel muss ich sagen. Hat es trotz 4 äh Non-Pre-Mates. Trotzdem echt gut mit der Team-Chemie funktioniert. Äh. Ist einfach echt nice gewesen. Äh. Auch der Cut-Six als Jungle hat echt einen guten Job gemacht. Und hat echt überall gut gegankt. Auch wenn er am Anfang ein bisschen oft bei uns war. Und nicht äh. An den anderen Lanes geholfen hat. Weil bei uns war eh unnötig zu ganken. Weil wir hatten ja ziemlich leichtes Spiel auf unserer Lane. Am Anfang ging in den Mordekaiser. Erst halt im Endgame ist er halt ziemlich stark geworden dann. Aber im Early Game haben wir den ja quasi regelrecht auseinandergenommen. Ähm. Dann äh. Ja hab ich jetzt natürlich vergessen am Ende noch die Biles zu zeigen. Vielleicht baue ich dann am Ende noch ein Screenshot ein. Ich weiß es noch nicht. Ähm. Aber ich denke ich beende jetzt hier auch erstmal den Part. Ich hoffe euch hat's gefallen. Und äh. Äh. Ich hoffe wir sehen uns noch beim nächsten Let's Play League of Legends. Beim nächsten Mal äh. Wird's wahrscheinlich ein AD Carry werden. Äh. Denke ich. Ein AD Carry oder ein Mid-Champ. Ähm. Ich werde mal gucken was ich noch für Replays hab. Und wenn nicht dann muss ich halt noch neue aufnehmen. Ich hab heute schon ein relativ gutes AD Carry Game gehabt mit Wayne. Das könnte sein dass das als nächstes kommt. Nächste Woche. Vielleicht mach ich auch schon unter der Woche. Hab ich mir überlegt. Vielleicht Mittwoch ein äh. League of Legends Game das ich hochlade. Mussten wir schauen. Aber vielleicht fang ich auch noch äh. Naja. Vielleicht mach ich erstmal nur Heldering und League of Legends. Vielleicht fang ich auch noch was anderes an. Aber ich glaube ich warte erstmal jetzt noch mit einem neuen Projekt. Bis dann hier SimCity rauskommt. Was ich ja dann let's playen will. Das kommt ja am 1. März glaube ich. So circa. Oder Anfang März auf jeden Fall. Ähm. Und da möchte ich dann schon was dazu machen. Äh. Aber jetzt verende ich hier jetzt wirklich den Part. Ich hoffe euch hat's gefallen. Und tschüss bis zum nächsten Mal.